Ja, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr könnt mich hören und sehen. Gut, super. Ja, wie Jurek bereits gesagt hatte, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass wir uns, oder beziehungsweise jetzt am Sonntag auch, dass wir uns bemühen darum, dass wir bei der Stadt oder bei der Region, bei den staatlichen Stellen, dass wir da einfach Bescheid bekommen. Wie wir hier diese Online-Gottesdienste auch ausstatten können und dürfen. Und das ist, ja, da habe ich heute endlich eine Antwort bekommen. Und jemand von der Region Hannover hat mir Auskunft gegeben, dass es eben hier gewisse Interpretationsspielräume gibt, dass es aber völlig okay ist, wenn wir so die notwendigen Leute zur Aufzeichnung des Gottesdienstes hier in dem Saal auf Abstand natürlich mit drin haben. Und ja, das hat uns ermutigt, dass wir heute mal eine Musikerin dazugenommen haben uns und ja, dass wir auch dann vielleicht am Ostersonntag sogar auch uns vielleicht noch ein, zwei Musiker mehr gönnen. Und ja, denkt dran, am Sonntag der Ostergottesdienst, wir wollen echt Menschen erreichen mit dem Evangelium, wollen ihnen die frohe Botschaft verkünden der Auferstehung unseres Herrn. Aber nicht nur der Auferstehung, sondern das, was es bedeutet für uns, dass er für uns gestorben ist, dass er begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Was das, ja, was das für eine gute Nachricht für uns ist, für uns Menschen, für uns alle. Und ja, ladet echt Leute ein dazu, damit sie Jesus kennenlernen können, damit sie die frohe Botschaft hören und ja, betet auch dafür, dass Menschen vielleicht wirklich ihr Leben Jesus geben und ja. Lass uns nochmal beten, bevor wir jetzt ins Wort gehen. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Dein Wort hat Kraft, uns weise zu machen zur Rettung, die in Christus Jesus ist. Wie es dein Wort sagt, es ist wirklich wahr. Wir haben das selbst erlebt und wir danken, dass dein Geist immer noch wirksam ist und ausgeht und sucht, wie es dein Wort beschreibt, wie du es beschrieben hast, Jesus, als ein Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Danke, dass du uns gesucht und gefunden hast und dass wir zu deiner Herde gehören dürfen und dass wir heute auch genährt und gesättigt werden können an unserer Seele und gestärkt werden können für den weiteren Weg, der noch vor uns liegt, der vielleicht nicht einfach ist. Danke aber, dass du mit uns bist und danke für dein Wort jetzt und segne dein Wort für uns. Schenk du uns offene Herzen dafür. Amen. Ja, lass uns mal ins erste Buch Mose gehen. Wir haben letzte Woche, sind wir so weit vorgestoßen, dass wir heute tatsächlich den Abschluss schaffen werden zu Ostern oder kurz vor Ostern. Für die Juden ist es tatsächlich ein besonderer Festabend heute. Es ist der Sederabend und das bedeutet, das ist der Abend, an dem das Passamahl gehalten wird, das Passalam geschlachtet wird. Sie schlachten es heute nicht mehr, aber damals beim Auszug aus Ägypten und das wird das kommen, was wir danach uns anschauen werden. Nach Ostern werden wir dann in das zweite Buch Mose hineingehen. Die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten werden wir uns anschauen und da freue ich mich auch drauf, dass wir da weiter gehen und es passt sehr gut zu der Jahreszeit, in der wir uns befinden. Ja, aber auch dieser Abschluss im ersten Buch Mose passt sehr gut zu diesem Abend eigentlich, zu dem Vorabend vor Ostern, dem Vorabend vor der Erlösung. Das Abendmahl, was wir nachher nehmen wollen, das, was Jesus genommen hat mit seinen Jüngern vor seinem Leiden, vor seinem Sterben. Und wir gehen hinein ins erste Buch Mose, Kapitel 50. Es sind die Tage nach dem Tod Jakobs und nach seiner Beerdigung. Josef und seine Brüder, aber auch, ja, die Ägypter haben großen Anteil genommen an der Trauerfeier, an der Beerdigung von Jakob, dem Vater Josefs, der ein bedeutender Mann in Ägypten war und jetzt sind sie zurückgekehrt von dieser Beerdigung und das Leben geht weiter. Es hört nicht auf, es geht weiter, aber es regt sich etwas in den Herzen der Brüder von Josef. Es regt sich noch einmal das schlechte Gewissen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, wie es in eurem Leben ist. Manchmal gibt es solche Dinge, da hat man etwas falsch gemacht, da hat man einen großen Fehler begangen, da hat man eine große Sünde getan in seiner Vergangenheit. Und ja, man hat die Botschaft gehört, deine Sünde ist dir vergeben. Man hat es erlebt, diese Vergebung und Gnade Gottes und doch gibt es irgendwann später diesen Moment, wo die Sünde anklopft, diese alte Sünde, diese alte Schuld, sie klopft an und sagt, hey, da war doch was. Und es zeigt sich in dem Leben der Brüder Josefs darin, dass sie eine tiefe Angst in sich spüren. Die Angst davor, dass diese Sünde doch noch einmal heimgesucht wird. Dass Josef doch, nachdem der Vater jetzt gestorben ist, Rache üben wird. Er hat eigentlich nur, war nur ganz lieb und nett, weil der Vater noch gelebt hat. Weil der Vater noch gelebt hat, hat er vergeben. Aber seine Vergebung war nur eine zeitliche, zeitbedingte. In Wirklichkeit ist er immer noch böse, ist er immer noch voller Rache Gedanken. Und deswegen wird es uns jetzt ereilen. Was machen wir jetzt? Und hier steht in 1. Mose, Kapitel 50, Vers 15. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. Das ist noch nicht mal ein voller Satz. Diese Angst, die kann sich gar nicht richtig artikulieren, die kann gar nicht einen vollständigen Satz sprechen. Es ist so eine tiefe Angst, dass all das Böse, was sie getan haben, dass es sie einholt. Und sie wissen nicht, was sollen wir jetzt machen? Wie sollen wir damit umgehen? Sie können es nicht wissen. Sie leben nicht im neuen Bund. Geschwister, wir wissen das. Wir wissen, wie wir damit umgehen sollen. Die Israeliten, nachdem sie über viele Jahrhunderte Gottes Wort gehört haben durch die Propheten, auch sie wussten schon, wie sie damit umgehen sollen. In Jesus Christus hat es sich noch einmal voll entfaltet, sodass wir ganz klar sehen, wie wir uns mit einer solchen Anfechtung, wie wir uns dem gegenüber verhalten sollen. Die Brüder wissen das nicht. Sie tun das, was wir Menschen so tun. Sie entwerfen einen Plan. Sie sind ja Söhne Jakobs, dem listigen Fersenhalter, dem Betrüger. Und so tun sie das, was sie aus dem Fleisch heraushalt tun. Sie versuchen sich mit Betrug aus dieser ganzen Sache rauszulavieren. So entboten sie dem Josef und ließen sagen, also sie schickten einen Boten. Sie gingen nicht selber zu Josef. Man weiß ja nicht, was kommt. Man will sich nicht demjenigen aussetzen. Man schickt jemanden vor. Der zwar gestorben ist, aber sie lassen ihn sozusagen wieder aus dem Grab auferstehen mit einer Botschaft, mit einer Nachricht, die er ihnen hinterlassen hat. Komischerweise hat er sie nicht Josef selbst gesagt. Obwohl er vor seinem Tod doch so lange mit Josef geredet hat. Aber darauf kommen die Brüder nicht, wie fadenscheinig ihr ganzer Plan ist, wie leicht zu durchschauen. In ihrer Not denken sie sich eben diese Geschichte aus. Dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen. Also, der Vater hat zu den Brüdern gesprochen angeblich und gesagt, ihr sollt so zu Josef sagen. Sie sagen es ja gar nicht, sondern sie sagen es durch einen Boten. Naja, indirekt halt. So sollt ihr zu Josef sagen. Ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Wisst ihr, die Brüder, sie arbeiten sich vor zu dem, was eigentlich das alles Entscheidende ist. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber wie schwer ist es? Wie schwer ist es, um Vergebung zu bitten? Es gibt so ein altes Lied von Elton John, so ein ganz trauriges, schütziges Lied. Sorry seems to be the hardest word. Sorry scheint schon so schwer zu sein. Entschuldigung zu sagen. Es tut mir leid. Aber wie viel schwerer ist es oft zu sagen, bitte vergib. Vergib mir bitte. Wir spüren, wir merken dieses Wort Vergebung, da steckt, das ist so eine Tiefe drin. Und wenn wir darum bitten, dann merken wir, dass wir damit Schuld eingestehen. Und das ist meistens der Grund, warum es so schwer ist, um Vergebung zu bitten, weil wir damit ausdrücken, das, was wir getan haben, ist Schuld, ist Sünde. Wir wollen es aber lieber wegdiskutieren. Wir wollen lieber sagen, naja, es war von einem versehen. Es war ja nicht, ich habe es ja nicht so gemeint. Also insofern ist, jetzt wenn ich sage, bitte vergib mir, ist das viel zu hoch gestochen, weil es war ja nur was Kleines so. Aber in Wirklichkeit ist es so. Auch die kleinen Dinge, wo wir einander wehtun, wo wir einander verletzen, auch die kleinen Dinge, wo wir gegenüber Gott untreu werden, sie sind Brüche. Wir brechen das Vertrauen. Wir brechen die Vertrauensbeziehung. Wir brechen den Bund. Und jeder Bundesbruch macht den Bund, zerstört den Bund, zerstört das Vertrauen potenziell. Natürlich habe ich als derjenige, der betroffen ist, an dem gesündigt wurde, der verletzt wurde, immer, ja, diese Fähigkeit, trotz eines Bruches des Vertrauens zu vergeben und weiter zu vertrauen. Aber jeder Bundesbruch hat potenziell in sich die Kraft, tatsächlich den Bund zu zerstören. Und es braucht eben die Vergebung. Und Vergebung ist so kraftvoll. Geschwister, wenn wir es denn wagen, um Vergebung zu bitten und dann auch Vergebung zuzusprechen, dann wird eine Beziehung, ein Bund erneuert, ein Bund geheilt. Wissen Sie, alles andere ist oberflächliches Zugleistern. Wenn eine tiefe Wunde entstanden ist, dann kannst du eben nicht einfach nur so ein kleines Pflaster oben drauf packen. Sorry, tut mir leid. Ich wollte das nicht. Klar, die Worte an sich machen es nicht. Ich kann auch sehr leichtfertig und locker sagen, ja, bitte vergib mir. Es geht um eine tiefe Herzensreue, eine tiefe Herzensumkehr, eine Erkenntnis, eine Sündenerkenntnis, was ich da getan habe. Und dann um diesen ehrlichen Schritt der Selbstdemütigung. Vergib nun dieses Böse. Sie sind hier eigentlich an einem Punkt, wo sie trotz dieser ganzen Mauscheleien, wo sie versuchen, diesen Boten vorzuschicken und ihren Vater vorzuschicken und so weiter. Am Ende sagen sie aber das, was eigentlich richtig ist. Sie kommen an den Punkt, wo sie sagen, nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Sie sprechen von dem Bösen, was sie angetan haben. Sie sprechen von dem Verbrechen. Und hier steht, da weinti Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Das schlechte Gewissen und diese Last, die bringt uns manchmal dazu, Dinge zu tun, die echt viel zu weit gehen. Aber es ist ein guter, ein echter Ausdruck ihrer echten Buße. Wir sehen es auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn kommt nach Hause und er sagt, ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Die Brüder machen hier genau dasselbe. Sie sagen, wir können nicht mehr deine Brüder sein. Mach uns, wir sind deine Knechte. Wir sind in deiner Hand. Sie demütigen sich selbst. Geschwister, um Vergebung zu bitten, ist dieser Mut zur Demut, mich ganz in die Hand dessen zu begeben, an dem ich schuldig geworden bin. Ich überlasse mich seinem Gericht. natürlich mit der Hoffnung, dass er gnädig sein möge und mir vergibt. Aber ich überlasse es ihm. Ich kann ihn nicht zwingen, mir zu vergeben. Selbst wenn es sich um einen Bruder oder eine Schwester in Christus handelt und ich ja ganz genau weiß, dass Jesus lehrt, dass wir vergeben sollen, aber das ist nicht Buße und Umkehr, wenn ich jemandem die Pistole auf die Brust setze und sage, du, ich habe Scheiße gebaut, aber du musst ja vergeben, also vergib mir jetzt bitte. So geht es nicht. Wahre Umkehr, wahre Herzensbuße besteht darin, dass ich mich ausliefer in die Hand des Anderen, in die Hand Gottes zuallererst und dann auch in die Hand des Anderen, an dem ich schuldig geworden bin. Josef weint über das Ganze. Es wird uns nicht genau gesagt, warum. Er deutet es hier an. Er sagt dann in Vers 20, Vers 19, Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Was für ein schöner Ausspruch hier, oder? Fürchtet euch nicht. Wir kennen ihn aus der Weihnachtsgeschichte. Wir kennen ihn aber auch aus der Ostergeschichte. Wir kennen ihn an so vielen Stellen, wo Gott durch seine Engel, wo er selber, wo Jesus, der Sohn Gottes, diese wunderbaren Worte sagt, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Josef ist voller Liebe für seine Brüder. Etwas Unerklärliches. Nach all dem, was sie ihm angetan haben. Das haben wir schon gesehen, als die erste Versöhnung stattfand, als Josef sich offenbart hatte, als er sich ihnen gezeigt hatte. Ein wunderbares Bild von der Ostergeschichte im Grunde schon, wo derjenige, der tot geglaubte, lebend vor ihnen steht, mitten unter seinen elf Brüdern, wie Jesus unter seinen elf Aposteln. Und diejenigen, und das vergessen wir oft, wir sprechen von Petrus, der den Herrn verleugnet hat, aber sie haben alle gesagt, wir werden mit dir sterben, wir werden bei dir bleiben und sie haben ihn verlassen, sie haben ihn im Stich gelassen, alle miteinander sind sie schuldig geworden an Jesus. Sie haben ihn im Stich gelassen, ihren Herrn und ihren Meister allein gelassen in seinem schwersten Leiden. Und er kommt in ihre Mitte und sagt, fürchtet euch nicht. Er begegnet ihnen nicht mit Zorn, er begegnet ihnen nicht mit Rachegelüsten, sondern er wünscht ihnen den Frieden. Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Und Josef sagt, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle. Interessanter Gedanke, interessante Aussage, die Josef hier macht. Wenn ich den etwa an Gottes stelle. Und da steckt vieles drin. Wisst ihr, das, was David gesagt hat, in seinem Bekenntnis, in seinem Sündenbekenntnis im Psalm 51, er sagt, gegen dich und gegen dich alleine habe ich gesündigt. Josef macht uns deutlich, hey, das, was du an dem anderen dich versündigt hast, das hast du dich zuallererst und vor allen Dingen an Gott versündigt. Das, was du zuallererst und vor allen Dingen brauchst, ist die Vergebung Gottes. Und daher kommt ein reines Gewissen, Geschwister. Das reine Gewissen bekommst du nicht durch die Vergebung deines Bruders, deiner Schwester oder dem Menschen, dem du verletzt hast. Das reine Gewissen bekommst du erst von Gott. Er ist derjenige, der dich durch sein Blut reinigt. Im Alten Testament war es dann das Blut des Opfers, was reinigte von Sünde. Es hatte schon Abel verstanden. Aber dann im Volk Israel hat Gottes durch Mose dann intensiv gelehrt. die Reinigung von Sünde durch das Blut des Opfers. Aber für uns im Neuen Testament sagt Johannes im ersten Johannesbrief Kapitel 1, das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Und das ist das Ziel, ein reines Gewissen, dass wir aus einem reinen Gewissen heraus Liebe üben und zur Liebe gehört dann auch, dass ich mich demütige vor dem, an dem ich schuldig geworden bin und bei ihm um Vergebung bitte. Nicht damit ich gereinigt werde von meiner Sünde, aber damit derjenige befreit wird von dieser ganzen Last, die durch meine Schuld in sein Leben hineingekommen ist. Damit er Heilung empfangen kann. Heilung geschieht durch Vergebung. Verletzungen, die ich empfangen habe, werden geheilt durch Vergebung. Deswegen sagt Jesus uns, wenn du stehst und betest und dir fällt ein, dass jemand etwas dir angetan hat, dann vergib vor Gott. Und das ist dieses großartige Vollmacht, die Gott uns gegeben hat in der Vergebung. Lass uns das mal aufschlagen. In Markus 2 zuerst, Markus 2, da übt Jesus das aus im Zusammenhang mit der Heilung eines Gelähmten bringen sie ihm diesen Gelähmten, der von Vieren getragen wird und dann kommen sie nicht durch und sie decken das Dach ab und brechen das Dach auf und lassen ihn auf seiner Trage hinunter vor Jesu Füßen und dann steht in Vers 5 von Kapitel 2 im Markus Evangelium als Jesus ihren Glauben sah. Ihr Vertrauen in Jesus. Jesus, du kannst etwas für unseren gelähmten Freund hier tun oder unseren gelähmten Verwandten. Du kannst etwas für ihn tun. Wir scheuen keine Wege, wir scheuen keine außergewöhnlichen Aktionen, um ihn zu dir zu bringen. Er sieht ihr Vertrauen. Sie machen alles, um diesen Gelähmten zu Jesus zu bringen. Als er ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind. Deine Sünden sind vergeben. Sie haben diesen Gelähmten zu Jesus gebracht, damit er etwas für sie tut. Natürlich haben sie sich erhofft, dass er wieder leben kann, dass er wieder atmen kann, dass er frei atmen kann, dass er aufstehen kann, dass er wieder gehen kann, dass er wieder richtig leben kann. Aber Jesus erkennt das, was diesen Menschen zuallererst lähmt und unfähig macht, sich zu bewegen, was eine Last auf sein Leben ist, was als Last auf seinem Körper liegt, das ist die Schuld, das ist die Sünde. Und deswegen spricht er zu ihm, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Mann hat nicht um Vergebung gebeten. Ist das nicht interessant? Dieser Mann hat nicht um Vergebung gebeten und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert, wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott! da sieht man wenn du einfach nur zu deinem Nächsten gehst und ihn um Vergebung bittest und er sagt okay ich vergebe dir dann ist das eigentliche der Sünde noch nicht getilgt. Das eigentliche der Sünde ist das was zwischen dir und Gott steht was dein Leben niederdrückt die Schuld die auf dir lastet und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen was überlegt ihr dies in euren Herzen was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen deine Sünden sind vergeben oder zu sagen steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher damit ihr aber wisst dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat auf der Erde Sünden zu vergeben spricht ich sage dir steh auf nimm dein Bett auf und geh in dein Haus und er stand auf nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlicht und sagten niemals haben wir so etwas gesehen Jesus sagt wenn ich sage deine Sünden sind dir vergeben dann kann ich das einfach so sagen und man sieht es ja nicht ob das jetzt auch wirklich so passiert ist also kann ich das ganz einfach mal sagen ob es dann der Wahrheit entspricht ist eine ganz andere Frage Frage aber wenn ich ihm sage steh auf und nimm dein Bett und geh und er macht es nicht dann ist offensichtlich dass ich nicht die Vollmacht habe so etwas auszusprechen wenn ich das aber ausspreche dann mag es doch auch wahr sein dass ich wenn ich ausspreche deine Sünden sind dir vergeben dass mir diese Vollmacht gegeben ist wir sehen dann später in johannesevangelium kapitel 20 als jesus in der mitte seiner jünger als der auferstandene erscheint und sie ihn sehen in johannes 20 ab vers 19 als es nun abend war an jenem tag dem ersten der woche und die türen wo die jünger waren aus furcht vor den juden verschlossen waren kam jesus und trat in die mitte und sprich zu ihnen friede euch und als er dies gesagt hatte zeigte er ihnen die hände und die seite da waren die wundmale sie konnten das sehen in dem auferstehungskörper jesu der vollkommen war unvergänglich waren dennoch diese wundmale zu sehen sodass er zu erkennen war ja es wird in ewigkeit bleiben wie uns auch die offenbarung zeigt die zeichen seines geschlachtet seins um und da freuten sich die jünger als sie den herrn sahen jesus sprach nun wieder zu ihnen friede euch wie der vater mich ausgesandt hat sende ich auch euch und als er dies gesagt hatte hauchte er sie an und sprich zu ihnen empfang der heilige geist kam in sie sie waren zum glauben gekommen sie haben endlich verstanden das was jesus die ganze Zeit über gelehrt und was er ihnen gepredigt hatte dass er sein leben als schuldopfer einsetzen wird wie es in jesaja 53 gesagt wurde vorausgesagt wurde dass er aber auch auferstehen würde am dritten tag von den toten dass er den tot überwinden würde all das haben sie erst wirklich geglaubt im glauben erfasst als sie ihn verstanden gesehen wenn ihr jemandem die Sünden vergebt dem sind sie vergeben wenn ihr sie jemandem behaltet sind sie ihm behalten und hier überträgt er also die Vollmacht zu vergeben auf seine Jünger auf dich und auf mich wir haben die Vollmacht Sünden zu vergeben im Namen Gottes im Namen Jesu und dann sind sie vor Gott auch vergeben wir kehren zurück zu 1. Mose 50 und da steht Fürchtet euch nicht bin ich etwa an Gottes Stelle Josef hatte das noch nicht empfangen diese sozusagen diese hohe priesterliche Vollmacht die Jesus hatte die er uns seinen Jüngern übergeben hat und dennoch sagt er ihnen die Vergebung Gottes zu weil Gott es gezeigt hat ihr zwar ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt Gott aber hatte beabsichtigt es zum Guten zu wenden um zu tun wie es an diesem Tag ist ein großes Volk am Leben zu erhalten Josef hatte schon bei der ersten Begegnung gesehen erkannt Gott hat hier seine Finger im Spiel das ist ein Plan Gottes ein großartiger wunderbarer Plan dieses Böse was mir angetan hat dient am Ende zum Guten das ist das was wir jetzt in Römer 8 gelesen haben denen die Gott lieben werden alle Dinge zum Guten mitwirken Gottes Plan erfüllt sich selbst in dem was sie Böses getan haben unfassbar aber Josef ist so von diesem Plan Gottes eingenommen dass die persönliche Verletzung für ihn nicht mehr zählt er er hat vergeben er hat losgelassen die Sache wie Gott jetzt richtet das ist Gottes Sache aber Gott hat in gewisser Weise entschieden er hat nämlich die Brüder und ihre Familien am Leben erhalten durch Josef so tut Gott das Gott gebraucht auch das Böse was in dieser Welt ist am Ende für sein Ziel mit uns für sein Heils Ziel auch diese Corona Krise wie wir sie dann jetzt so nennen wir können wir dürfen mit Josef sagen das Böse was da drin steckt in dieser ganzen Sache und es mag sein dass vielleicht irgendetwas Böses dahinter steckt aber Gott macht etwas Gutes daraus für uns für die die ihn lieben für die die mit ihm gehen die zu ihm gehören die seinen Geist empfangen haben für uns ist es etwas Gutes und wir können dieses Gute weitergeben wir können dieses Gute durch das Gute was wir empfangen andere segnen so wie Josef das für seine Brüder für die ganze Familie ja sogar für Ägypten für die ganze damals bekannte Welt gemacht hat und nun fürchtet euch nicht ich werde euch und eure Kinder versorgen nicht ihr sollt meine Knechte sein nein ich versorge euch so rum ist es richtig so sagt auch der Vater als er dem verlorenen Sohn willkommen heißt nein du bist nicht mein Knecht du bist mein Sohn bringt schnell das beste Gewand her ihm soll gedient werden so tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen und das brauchen die Brüder so sehr die sind so niedergedrückt von diesem schlechten Gewissen wie gesagt Geschwister und um nochmal darauf zurück zu kommen Josef hatte ja schon so zu ihnen gesprochen als er sich ihnen das erste Mal offenbart hatte wieso sind sie jetzt so verunsichert so verängstigt weil der Teufel will wirklich dass wir unter der Sündenlast weiterleben obwohl uns vergeben ist obwohl wir Vergebung empfangen haben will der Teufel dass wir mit einem schlechten Gewissen weiter rumlaufen und deswegen klagt er uns immer wieder an er ist der Ankläger der Verkläger er kommt immer wieder und hält dir alte Sünden vor und sagt guck mal so hast du gehandelt das hast du getan erinnerst du dich noch und dann fängt wieder das Gewissen an zu nagen an uns und wir kriegen dieses schlechte Gewissen und diese Last der Sünde liegt auf uns aber Geschwister wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen und sollen Widerstand leisten im Glauben gegenüber dem Teufel und das bedeutet in der Vergebung gibt es einen aktiven Teil für den der um Vergebung bittet nämlich diesen Akt des Glaubens die Vergebung die mir zugesprochen wird anzunehmen und festzuhalten mich nicht davon zu lösen im Glauben zu bleiben wenn Jesus das Evangelium verkündet dann sagt er tut Buße und glaubt an das Evangelium das sind zwei Seiten einer Medaille Buße tun umkehren zerknirscht sein über die Sünde Sünden Erkenntnis haben Sünde bekennen um Vergebung bitten das ist die eine Seite die andere Seite ist glauben an den Zuspruch Gottes ja deine Sünden sind dir vergeben wenn wir nur das eine machen und das andere lassen dann haben wir nicht das Leben wenn wir nur das Evangelium einseitig verkünden und sagen Gott vergibt euch alle eure Sünden dann kommt es nicht zur Befreiung und Erneuerung des Lebens weil Menschen nicht wirklich von Herzen her umkehrt und Buße tun von ihrer Sünde sie bleiben in ihrer Sünde und sind nur oberflächlich beruhigt darüber dass Gott ja gnädig ist mit all uns Sündern das ist ein Missverständnis des Evangeliums Gott ruft uns zur Umkehr auf zur Reue zur Sündenerkenntnis und zum Sündenbekenntnis aber die andere Seite ist genauso wichtig all das Sündenbekenntnis und all die Selbstkasteiung bringt nichts wenn wir nicht im Glauben das Evangelium annehmen wir haben als Familie jetzt gerade uns ein bisschen mit der Passions Geschichte befasst und interessanterweise in diesem Kinderkursus wurde tatsächlich auch intensiver auf die Gestalt von Judas eingegangen was ja nicht so gerne gemacht wird bei den Kindern aber es wurde sehr deutlich versucht herauszuarbeiten was das Problem Judas war und genau das ist es im Grunde dass er zwar zerknirscht war über seine Sünde traurig über seine Sünde über die Auswirkung die seine Sünde hatte aber das was ihm fehlte war der Glaube daran dass er Vergebung empfangen kann das was Petrus hatte Judas nicht und das ist Unglaube Jesus hatte das gesagt die Jünger waren völlig erschrocken die haben gesagt wir haben das glaube ich letzte Woche hatte ich das vorgelesen oder am Sonntag diese Geschichte mit dem reichen Jüngling und die Jünger die dann so erschrocken sind und sagen oh Jesus wer kann dann überhaupt gerettet werden und dann Jesus ihnen knallhart die Wahrheit sagt bei den Menschen ist das unmöglich und das ist dieser kleine Nachsatz den Judas vielleicht gehört hat aber nicht in sein Herz aufgenommen hat aber bei Gott ist es möglich und das ist der Punkt Judas hat versucht es wieder gut zu machen er hat versucht es wieder gerade zu biegen aber er konnte das Ganze nicht gerade biegen aber er hat nicht diesen Glauben an das Wort was Jesus ihm verkündet hat gehabt hat das Wort nicht im Glauben angenommen das Evangelium bei Gott ist es möglich da kannst du gerettet werden die Brüder sie brauchen diesen Zuspruch und das ist manchmal dann eine Hilfe dafür ist das Wort Gottes da dafür sollen wir uns gegenseitig auch immer wieder ermutigen wenn Menschen mit einem betrübten niedergedrückten Gewissen rumlaufen wir sollen ihnen das zusprechen deine Sünde ist dir vergeben und wenn es so ist dass du mit einem schlechten Gewissen rumläufst über eine Sache worüber dir schon längst vergeben wurde dann komm sprich mit jemandem drüber erleichter dein Herz sprich von deiner Sünde und lass es dir noch mal sagen deine Sünde mir ist vergeben ich bin gereinigt ich bin ein geheiligtes Kind Gottes durch das Blut Christi bin ich gereinigt nicht aufgrund dessen dass ich in seiner Gnade gesagt hat ich will die Sünde hinweg nehmen dieser Menschen ich will sie auf mich laden ich will sie tragen am Kreuz von Golgatha und das Evangelium ist das ist das Angebot Gottes Vergebung all deiner Sünden er hat alles getragen willst du das im Glauben annehmen und wenn du sagst ja dann kannst du gleich mit uns Abendmahl feiern dann kannst du mit Freude dieses Mal nehmen und dankbar daran denken dass Jesus sein Blut vergossen hat zur Vergebung unserer Sünden dass damit der Bund geschlossen ist der ewig hält der nie gebrochen werden kann keine einzige Sünde die ich jemals begehe kann mich aus diesem Bund herausreißen nur wenn ich das Blut Christi leugne wenn ich mich vergehe an dem Geist der Gnade wenn ich mich wenn ich das Blut Jesu mit Füßen trete und sage ich brauche das Blut Jesu nicht mehr dann falle ich aus der Gnade Aber sonst gibt es keine Sünde die ich jemals begehen kann wodurch der Bund gebrochen wird weil der Bund nicht darin besteht dass ich gerecht bin sondern dass Jesus gerecht ist dass er meine Sünde getragen hat wir lesen noch die letzten Verse jetzt hier in dem Kapitel und Josef blieb in Ägypten er und das Haus seines Vaters und Josef lebte 110 Jahre und Josef sah von Ephraim Söhne der dritten Generation auch die Söhne Machias des Sohnes Manasses wurde auf die Knie Josefs geboren der war sogar bei der Geburt dabei krass krasse Geschichte Urgroßvater Josef und Josef sagte zu seinen Brüdern ich sterbe nun jetzt kommen seine letzten Worte Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land das er Abraham Isaac und Jakob zugeschworen hat und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach hat Gott euch dann heimgesucht dann führt meine Gebeine von hier hinauf Josefs letzte Worte sind Worte des Glaubens des Glaubens an die Verheißung Gottes Gott hatte Abraham Isaac und Jakob das Land Kanaan verheißen als das Land der Verheißung ihr das wird euer Land sein in dem ihr leben werdet in dem das Volk die ganze Nachkommenschaft leben wird und Josef sagt in seinem Sterben ich glaube daran ich glaube an diese Verheißung ich werde jetzt sterben aber nehmt meine Beine mit es soll ein Zeugnis für euch alle sein dass Gott die Wahrheit spricht und sie haben es dann später getan das kann man nachlesen in 2. Mose 13 Vers 19 beim Auszug aus Ägypten und Josef starb 110 Jahre alt und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten wir wollen zusammen Abendmahl feiern Es ist jetzt diese K-Woche wo wir denken an das was Jesus für uns getan hat und ja ich möchte mit euch ein paar Verse aus dem Lukas Evangelium Kapitel 22 Vers 7 Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote an dem das Passalam geschlachtet werden musste der sogenannte Sederabend das ist heute Juden in aller Welt feiern heute das Passalam und Paulus der Jude Paulus er schreibt im ersten Korinther Brief Kapitel 5 auch unser Passalam Christus ist geschlachtet es war dieses wunderbare Zeichen sie haben dieses Passalam geschlachtet und das Blut des Lammes genommen und an ihre Türpfosten gestrichen und das war das Zeichen was Gott ihnen gegeben hatte Gott hatte ihnen den Auftrag dazu gegeben Gott hatte ihnen dieses Zeichen gegeben dass sie das tun sollten damit der Todesengel an ihrem Haus vorüber geht sie waren gerettet sie waren geschützt vor dem Tod der umging in Ägypten und die Erstgeborenen geschlagen hatte das haben die Jünger gefeiert mit Jesus wir wissen nicht ganz genau wie sie das zur Zeit Jesu gefeiert haben ob sie tatsächlich noch ein Lamm geschlachtet haben ich glaube schon so weit wir die die geschichtlichen Nachrichten aus der Zeit kennen wurden damals viele Lämmer geschlachtet und das Passalam tatsächlich zubereitet ich weiß nicht ob sie das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen haben das steht nicht ausdrücklich in den Anweisungen drin wie dieses Fest gefeiert werden soll aber sie haben natürlich daran gedacht sie haben die Geschichte erzählt sich gegenseitig vielleicht hat 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 Jesus diese Geschichte ihnen erzählt ich würde so gerne dieses Passamal mit ihm feiern würde so gerne das erleben wie er das machen würde vielleicht würde er es so ein bisschen so ähnlich machen wie es vielleicht heute so manche messianische Juden tun aber vielleicht würde er es auch noch mal ganz anders machen auf jeden Fall würde er aber die Geschichte erzählen er hat diese Geschichte bestimmt erzählt von dem Auszug aus Ägypten wie Gott sie herausgerettet hat und das wunderbare in diesen Anweisungen wie dieses Fest gefeiert werden soll ist ja dass gesagt wird wir waren Knechte in Ägypten so sollst du zu deinem Sohn zu deiner Tochter sagen zu seinem Sohn sagen wenn sie dich fragen warum feiert ihr dieses Fest dann sollt ihr sagen wir waren Knechte in Ägypten aber Gott hat uns mit starker Hand herausgerettet sie erzählen es nicht als eine Geschichte von ihren Vorvätern sondern sie erzählen es immer jede in jeder Generation als ihre eigene Geschichte und so wird sie real auch wenn Jesus diese Geschichte erzählt er sagt das Volk Israel die Juden sie waren Sklaven sie waren Sklaven in Ägypten wir waren Sklaven aber er hat uns befreit und dann essen sie das Passamahl und Vers 14 dann steht als die Stunde gekommen war legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt dieses Passamahl mit euch zu essen ehe ich leide denn ich sage euch dass ich es gewiss nicht mehr essen werde bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes und er nahm einen Kelch dankte und sprach nehmt diesen und teilt ihn unter euch denn ich sage euch dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis das Reich Gottes kommt die Herrschaft Gottes soll kommen soll sich erfüllen der Tag soll kommen wo Jesus mit uns dieses Passamal ist wo wir gemeinsam den Kelch erheben wo wir das wird ein Moment sein ich weiß nicht ihr habt sicherlich bei einer Hochzeit vielleicht mal irgendwie so ein Glas Sekt in der Hand gehabt und dann jetzt stoßen wir alle an auf das Brautpaar so irgendwie und wir lächeln so müde wenn wir so ein bisschen unbeteiligte Gäste sind irgendwie so entfernte Verwandte oder so und denken so ja ist ja schön schön dass wir jetzt hier so feiern wir erheben mal das Glas so stellt euch das vor wie das sein wird wenn das Reich Gottes anbricht wie wir das Glas erheben wie wir den Kelch erheben werden wie wir den Kelch rumreichen werden ohne Angst vor Corona wir trinken alle draus und es ist nicht eklig wir brauchen keine Angst zu haben den Kelch zu teilen wir werden das jetzt gleich nicht tun hier die wir hier sind wir werden nicht den Kelch rumgeben aber was für ein Erlebnis das sein wird Jesus freut sich drauf freust du dich auch und dann nimmt er das Brot er dankte brach und gab es ihnen und sprach dies ist mein Leib der für euch gegeben wird ein unglaublich krasser Moment für die Jünger die werden in dieser Passa Feier plötzlich völlig irritiert gewesen sein die werden gedacht Jesus was sagst du da das gehört nicht zur Passa Liturgie das sagt man nicht aber er macht es im Haus und das ist das Schöne sie sind ja in diesem Haus er ist mit seinen Jüngern dort er ist nicht mit allen die ihm nachgefolgt sind sie sind nicht als große Gemeinde versammelt sondern als kleiner Kreis im Haus so wurde es ja auch gefeiert im Haus die Haus Gemeinschaft vielleicht noch der ein oder andere dazu der jetzt alleine ist so haben sie in kleinen Gemeinschaften das Brot genommen und so können wir es heute Abend auch nehmen in Erinnerung an ihn dies ist mein Leib der für euch gegeben wird dies tut zu zu meinem Gedächtnis er hat ihnen etwas mit gegeben und gesagt das sollt ihr immer wieder tun ihr sollt euch an mich erinnern ihr sollt euch an das erinnern was ich für euch getan habe ihr sollt euch an diesen Tag erinnern als ich den Bund mit euch geschlossen habe das ist mein Leib der für euch ist ebenso auch den Kelch nach dem Mal und sagte dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut das für euch vergossen wird und wenn Gott für uns ist er kann dann gegen uns sein er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont sondern ihn für uns alle hingegeben das ist das Abendmahl was wir jetzt nehmen wollen lasst uns jetzt einfach das mal nehmen wir nehmen das Brot Wir nehmen das Brot und wollen Jesus danken Jesus wir danken dir dass du dein Leben für uns gegeben hast dein Leib für uns gegeben hast danke Herr dass das gilt für uns heute 2000 Jahre später Psalm 22 sagt uns dass du an uns gedacht hast am Kreuz an die Generation die noch geboren wird wir danken dir dafür dass wir ja zum glauben kommen durften dass du derjenige bist der Nachkomme von Eva der der Schlange den Kopf zertreten hat wir danken dir dass du derjenige bist der alle unsere Sünde getragen hat und uns durch sein Blut reinigt wir danken dir für den Leib den du hingegeben hast der zerbrochen wurde um unsere willen zerschlagen geknechtet gefoltert erniedrigt am Kreuz auf furchtbare Weise schandbar hingerichtet wir danken dir dass du das für uns getan hast aus Liebe zu uns und aus Gehorsam und Liebe zum Vater Jesus wir preisen dich und danken dir jetzt für das Brot Amen Amen Und Jesus, ja, wir erheben den Kelch, wir erheben dich, ich erheben deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, das Blut, was vergossen wurde zur Vergebung unserer Sünden, das Blut des neuen Bundes, den du geschlossen hast. Herr, wir preisen dich und danken dir, dass mit diesem Blut all unsere Sünde ausgetilgt wird. Herr, wir danken dir, dass du uns unsere Schuld, unsere Sünde vergeben hast. Und wir wollen das glauben, wir wollen daran festhalten, im Glauben. Und nehmen jetzt auch den Kelch und erinnern uns daran und bekennen, du hast uns gereinigt und geheiligt durch dein Blut. Wir sind dein, wir gehören dir. Danke, Herr. Lob und Dank und Ehre sei dir, Jesus. Amen. Ja, wir wollen noch zusammen Jesus ehren, mit einem Lied zusammen.